Mein Name ist Guido Jeremias und ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Teigwarenfabrik Jeremias GmbH. Mein Name ist Stefan Nonnenmacher und ich bin Firmenkundenberater in der Volksbank Pforzheim. Als Bankberater hätte ich mir nicht gedacht, dass ich einmal eine Produktionsstraße im Unternehmen sehe. Also ich finde es gut bei dieser Aktionenbanker in Blaumann, dass unser Firmenkundenberater, der Herr Nonnenmacher, einen tieferen Einblick in die Prozesse bekommt. Die Herstellung von Nudeln und die Erbringung von Bankdienstleistungen sind zunächst einmal ganz unterschiedliche Dinge, aber ich denke, wesentlich ist, dass das Produkt, das dabei herauskommt, ein Produkt ist, zu dem die Kunden Vertrauen haben können. Es hilft einfach ungemein, wenn man natürlich auch einen Blick hinter die Kulissen bekommt, weil wie soll man jemanden beraten, wenn man nicht weiß, was er eigentlich tut. Eine gute Nudel muss für mich einfach schmecken und eine gute Bank ist für mich da.